Ich hab ihn... gelötet los. Können Bloodcast usen. Man rauscht dir? WTF? Leute, mach halt mal ein CD an. Hatte ich vor, war dem davor schon. Oh, ich hab ihn besser gehabt. Gut, Erik. Das Ding macht halt mega viel Damage. Was? Andy, wave! Ich mach doch kein Damage. 200k. Wenn du voll bist, hattest du eigentlich nicht dran sterben. Ende, komm. Wer seid tot, der Kopf ist meiner. Hallo, Rektor. Moment, ich hab dich da. Ja, jetzt bist du tot. Super. Nimmst du jetzt, oder...? Ja. Ja, komisch. Hätte er in der Phase nur 3 Stacks gemacht. 1, 2, 1. 3, 2, 2... 5, 6, 5... ... ... Ich fühl mich wie ein Dodo, Mann. Ich fühl mich wie in Urkammer vor so einer Dummy. Ganz ehrlich. Boah. Crasher, was los? Ja. Left Cities, kennst du, ne? Ja, die Tadarins, ne? Was? Ich zitiere, ich drück keinen Finte. Ich kenn' Chloe, komm mal, ich kenn' Chloe. Hände kommen, Hände kommen. Hätt' ich jetzt Soundboard offen, hätte der Player abgeschwirt. Ich hab' ne? Ja. Klingst du noch vier Hände, mach die putt. Hoffentlich lassen sie die Timer nicht so. Du kannst halt echt den Prismatic Crystal entweder für die Phase ziehen und sonst gar nicht. Ja. Oder du hast dann wieder zweite Phase in den Nutsch. Keine anderen Viable-Talente? Ich hab'n Boss. Der war gut. Äh, Zeit? Nein. Ich würd' sagen, der Rest ist Viable, nur Crystal-Suppig wahrscheinlich. Oder so. Ja, ist bei Monk ähnlich. Und hier rechts eigentlich noch ein Heiler. Ich komm' noch mal an die Mette. Ich bin eigentlich jetzt die ganze Zeit so ein bisschen rechts, damit ich dann mithalten kann. Soll ich den Heiler resen? Also bis jetzt kann ich die gut mithalten. Jo, danke. Also ich lebe noch, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Thronen. Hände kommen. Das ist meine. Du, was ist denn das? Wer war das? Ah, ne, doch nicht. Oh, da war ich etwas schnell. In fünf Sekunden kann ich... Ja, ich helfe dir, Monk. Kannst schon. Okay. Ach, wir haben noch hinten welche Gehörs. Ich bin gedeutet. Das erleichtert mich nicht. Okay. Das war's. Er ist nicht mit Trank pushed. Ich hab den Bus. Mega strange, in der Phase kriegst du ab 5, in der Phase davor kriegst du 3. Okay, das war ein bisschen. Was ist passiert? Hidmark will sich nicht mehr heilen lassen. Ich hab, ähm, erst mal vorne runterfallen, ja. Nee, und ich mach halt, du machst halt Flying Serpent Kick, wenn du halt gerade nichts weiter machen kannst. Diesmal aber wesentlich schneller als eben. Guck mal, wir haben noch 4 Minuten. 30 Prozent. Wir sind auf jeden Fall schneller als 2 Minuten, schneller. Da waren die Meleys vor allem beide am Leben. Irgendwer hat sich jetzt hier bei uns eingesprichen. Ja, Erik ist tot. Wir machen alle mehr Damage. Dreckig. Gott. Stoff. Damage push. Auf jeden Fall, unter dem Boss sammeln sich die, die, äh, Beasts hier, von, von, Leia Beast und die Rune Weapon. Nice. Sagst du mal bitte, wie sie sich fühlen? Magfris wieder bodennah studieren durch, oder was ist das? Hab ihn. Ein paar Gesteinsproben nehmen. NP. Auf jeden Fall kommt eine Kaskade auch bis hier unten hin. Nice. Oh, steu ich mal, das war dann nirgends. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn die erst da runterspringen und dann wieder hochkommen. Oder ewig, ey. Hm, kannst du rausfinden, ist gerade eine hochgekommen. Habt ihr bisher schon diese andere Welt hier gesehen? Ne, ne? Ne, ne? Wie kommen soll. Schlechteste Beta ist... Ich sehens, keine Ahnung. Andern waren schlechter. Nein. Doch. Och. Hier gehen immerhin die Bosse ohne Legs. In einem 3-Stunden-Test hast du vielleicht 30 Minuten am Boss gestanden. Lass den mal bitte nicht töten, ich möchte ihn gerne nochmal spielen. Ne, ne, lass mal. Ähm. Ihr seht auch keine, oder? Okay, guys, pushen. Wow. Achso. Good job, fucking retards. Osser den Charging NP. Sie los natürlich. Was ist jetzt passiert? Kannste leben, Digga. Kannste leben. Müller sich kurz an. Vielleicht?